Willkommen bei BILDNER TV. Microsoft Word bietet euch ja die praktische Drucklayout-Ansicht, in der ihr gleich seht, wie euer Dokument gedruckt aussieht. Aber um damit effektiv arbeiten zu können, müsst ihr die Ansicht auch auf eure Bedürfnisse anpassen. Das ist ganz einfach und wie es funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin der Andi und es freut mich, dass ihr wieder bei BILDNER TV reinschaut, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja und heute geht es mal wieder um eine Ansichtssache und zwar eine Ansichtssache in Word. Ja, ich möchte euch verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie ihr eure Ansicht in Word gestalten könnt. Und ich habe schon mal ein, zwei Videos zum Thema Ansichten gemacht, aber ich möchte euch heute eigentlich nur eine einzige Ansicht zeigen, nämlich das Drucklayout, also die Ansicht, in der ihr normalerweise in Word auch arbeitet. Und die kann ich halt auch entsprechend anpassen. Und was es da für Möglichkeiten gibt, nun, das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Und wenn ihr das Ganze auch nachlesen wollt und noch viele, viele weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Ansicht haben wollt, dann werft einen Blick in unser Buch zum Word 2019 Stufe 1 Grundlagen. Und das Buch ist natürlich auch bald für die Version 2021 erhältlich. Ihr findet das Buch auf www.bildnerverlag.de. Und ihr kennt es schon, mit etwas Glück könnt ihr das Buch auch gewinnen. Denn wenn ihr einen Kommentar unter einem unserer Videos da lasst, dann nehmt ihr an unserer wöchentlichen Gewinnspielziehung teil und der Gewinner kann sich ein Buch aus unserem Programm frei auswählen. Und natürlich verlinke ich euch die Bücher auch wieder unter dem Video. Ja, und wir schauen uns jetzt gleich mal das Ganze in Word an. Ich verwende hier Word von Microsoft Office 365. Aber wenn ihr eine der neueren Word-Versionen benutzt, dann ist es da genau identisch. Und auch bei den schon deutlich älteren Versionen funktionieren die meisten dieser Einstellungen, die ich euch hier zeige. Ja, ich habe jetzt hier mal einen längeren Text. Wieder mal diesen Standard-Beispieltext von Word. Mehrere Seiten. Und ich habe hier mal, damit man es ein bisschen auseinanderkennt, hier mal etwas bisschen blau formatiert. Und hier oben ganz am Anfang meines Textes mal ein bisschen was rot, damit man es so ein bisschen schöner sieht. Und ja, die Ansicht, um die es geht. Ich gehe hier oben mal auf Ansicht. Wir bleiben hier im Druck-Layout. Das Druck-Layout habt ihr auch, wenn ihr ganz rechts unten im Eck schaut. Ja, da habt ihr das mittlere, das markierte Symbol. Das ist die Druck-Layout-Ansicht. Ja, und das erste, das kennen sicherlich schon die meisten, die meine Videos anschauen, ist natürlich der Zoom. Ich kann rechts unten im Eck, kann ich mit dem Plus und dem Minus ran- und rauszoomen. Viel schneller geht das allerdings mit gedrückter Steuerungstaste. Und wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, dann einfach das Mausrad vor- und zurückdrehen. Da zoomt ihr einfach näher ran und weiter raus. Ja, und manchmal ist es aber praktisch, wenn ich da die Ansichten nach meinen Bedürfnissen einstellen kann. Deswegen gehe ich oben auf das Register Ansicht. Da habe ich ja vorher schon drauf geklickt. Also ich bin hier oben, Menüband, Register Ansicht. Und dann habt ihr hier den Punkt Zoom. Diese Gruppe hier, die jetzt hier in der Mitte ist bei mir. Und da habt ihr den Punkt eine Seite, mehrere Seiten, Seitenbreite, 100% und dann die Lupe mit Zoom. Das erklärt sich eigentlich alles von selbst. Wenn ich auf eine Seite klicke, dann wird genau eine DIN A4 Seite so angepasst, dass sie auf eurem Bildschirm passt. Ob das praktisch ist oder nicht, das hängt natürlich von eurer Bildschirmgröße ab. Ich habe jetzt hier nur meinen relativ kleinen 15,6 Zoll Bildschirm vom Laptop. Allerdings, wenn ihr natürlich vor einem großen 27 Zoll, 32 Zoll Bildschirm sitzt, ja, dann könnt ihr das auch alles schon schön lesen. Und je nachdem, wie viel Platz ihr mal an eurem Bildschirm habt, könnt ihr auch gleich mehrere Seiten anklicken. Und da stellt ihr mehrere Seiten nebeneinander da. Auch das kann ganz praktisch sein, wenn ihr eben die Seiten vergleichen wollt. Und ja, hier kann ich jetzt dann eben nach unten blättern und die restlichen Seiten anschauen. Oder ihr geht auf den Punkt Seitenbreite. Da wird das Dokument so eingepasst, dass es mit seinem linken und rechten Rand des Papiers, also nicht der Rand des Textes, sondern der Rand des Papiers, dass der links und rechts noch genau reinpasst. Und das ist eigentlich eine schöne Ansicht, sage ich mal, auf so einem Laptop-Bildschirm, um da zu schreiben. Der Text ist schön groß. Allerdings, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Ultra-Wide-Monitor habt, also einen, der wirklich so eine große Fläche von links nach rechts abdeckt, dann ist diese Ansicht eher nicht brauchbar. Dann solltet ihr die eben selber noch eure Bedürfnisse einstellen. Ja, und ihr könnt hier auch einfach auf 100% gehen, dann wird die Seite wieder eben in 100% Größe dargestellt. Da auch ein Tipp, 100% sagt jetzt hier nicht viel aus, weil das variiert auch für euch. Also je nachdem, was ihr für eine Bildschirmgröße habt, schaut das natürlich größer oder kleiner aus. Aber ihr könnt dann eben mit Steuerung und Mausrad den Zoom nach euren Bedürfnissen anpassen. Oder ihr klickt noch eben bei Ansicht hier auf diese Lupe, auf das Zoom, auf diesen Zoom-Befehl. Und hier könnt ihr dann ja verschiedene Prozentwerte einstellen. Ich zoome mal näher ran. Oder ihr habt wieder die drei Punkte Seitenbreite, Textbreite, ganze Seite. Und es gibt hier noch einen weiteren Punkt, nämlich wieder die mehrere Seiten. Aber wenn man auf den dann mal drauf geht, mehrere Seiten, dann kann ich hier auf dieses Symbol darunter klicken. Und jetzt kann ich mir aussuchen, wie viele Seiten ich auf einem Bildschirm dargestellt haben möchte. Zum Beispiel kann ich jetzt hier sagen, ich möchte jetzt hier zweimal vier Seiten und dann mit OK bestätigen. Dann seht ihr, wird mir das so angepasst, dass jetzt wirklich vier Seiten und zwar zweimal, also übereinander geordnet hinpassen. Also einfach auf Zoom und dann bei mehrere Seiten sucht ihr euch einfach aus, wie viele Seiten sollen nebeneinander und soll das in ein oder zwei Zeilen untereinander dargestellt werden. Mehr Zeilen machen keinen Sinn, denn dann kann man ja kaum noch die Seite erkennen. Ja und wenn ihr einfach wieder zurück wollt, dann merkt euch entweder eine Prozentzahl, mit der ihr immer arbeitet oder ich nehme dann einfach ganze Seite. Ja, dann habe ich hier wieder eine ganze Seite. So und in dieser Ansicht noch etwas Praktisches, wenn ich jetzt nach unten blättere und ich komme zum Ende meiner Seite, dann seht ihr das ja hier schön, dass ihr hier so einen Zwischenraum, den man schön sieht und das kann aber für den Lesefluss einfach ein bisschen störend sein. Wenn ich jetzt einen Text habe, wo ich einfach lesen will, ja passt der so. Diesen Zwischenraum könnt ihr ausblenden und zwar ganz einfach, ihr geht einfach mit eurer Maus hier in diesen Zwischenraum hinein und dann seht ihr, wie sich die Maus, ja der Mauszeiger verändert und jetzt müsst ihr einfach nur einen Doppelklick machen und schon wird dieser Zwischenraum ausgeblendet. Und ihr seht nur diese ganz feine, hauchdünne Linie und jetzt könnt ihr runterblättern und so euren Text ohne Unterbrechung schön durchlesen. Und wenn ihr das wieder braucht, dann geht einfach auf diese hauchdünne Linie und macht wieder einen Doppelklick. Und schon ist der Zwischenraum wieder da. Ja und das Zweite, was ich euch zeigen möchte, ihr könnt euren Bildschirm teilen. Ihr könnt ein und dasselbe Dokument in zwei Bildschirmfenstern anzeigen lassen und zwar innerhalb des Word-Dokuments und sogar in zwei verschiedenen Word-Fenstern. Wozu ist das gut? Nun stellt euch vor, ihr habt ein sehr langes Dokument und da müsst ihr zwei Textpassagen miteinander vergleichen. Ihr möchtet zum Beispiel von einer Textpassage auf Seite 1 etwas abschreiben oder ähnlich schreiben und müsst es dann mit einer Textpassage auf Seite 5 oder 6 vergleichen. Und dann müsstet ihr immer hin und her blättern. Und da ist das Teilen eben ganz praktisch. Und das mache ich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal auf meine Seite 1 und ihr geht oben wieder auf das Register Ansicht und neben dem Zoom, da gibt es jetzt den Punkt Fenster. Das ist das, was ihr jetzt in der Mitte seht. Da gibt es neues Fenster, alle anordnen, teilen und rechts daneben noch diese ausgegrauten Befehle. Zu denen kommen wir auch gleich. Und zuerst zeige ich euch das Teilen. Also ihr klickt einfach auf Teilen und dann passiert folgendes. Euer Bildschirm, euer Word-Bildschirm, der wird hier in der Mitte geteilt und jetzt kann ich hier im oberen Bereich und im unteren Bereich blättern. Das heißt, wenn ich jetzt hier im oberen Bereich blättere, dann seht ihr, der untere rührt sich nicht. Da kann ich sogar zweimal einen und denselben Text da haben. Das bringt mir natürlich weniger. Aber jetzt kann ich zum Beispiel jetzt hier schön auf meiner Seite 1 bleiben, bei dem roten Text. Und unten blätter ich jetzt mal runter bis auf Seite 3, 4, da wo ich den blauen Text hatte. Hier war er. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel Text schön vergleichen. Ja, passt das? Muss ich irgendwas abändern? Und so habe ich die Textpassagen schön übereinander dargestellt. Das wäre die Option, die ich nehmen würde, wenn euer Bildschirm verhältnismäßig klein ist. Aber wenn ihr im Büro arbeitet, dann habt ihr hoffentlich einen größeren Bildschirm als 15,6 Zoll oder ihr habt sogar zwei Bildschirme. Und da ist es oft praktischer, wenn ich das nicht so untereinander teile, sondern mir nebeneinander anzeigen lassen könnte. Und dafür gibt es eben die Funktion Neues Fenster. Ja, zuerst einmal die Teilung, die will ich jetzt wieder aufheben. Wenn ihr die nicht mehr braucht, geht ihr wieder auf das Register Ansicht und klickt hier auf Teilung aufheben. So, und was ich euch jetzt zeige, macht im Grunde genau dasselbe, nur mit zwei verschiedenen Word-Fenstern. Ich klicke jetzt einfach hier auf Neues Fenster und dann öffnet sich ein neues Word-Fenster. Das kann ich euch mal zeigen, wenn ich das jetzt hier runterziehe. Dann seht ihr, im Hintergrund habe ich ein zweites Word-Fenster. Ich habe jetzt hier wirklich zwei Word-Programmfenster mit einem und demselben Text. Und das sind auch nicht zwei Dokumente, das ist ein und dasselbe Dokument. Wenn ich eins von denen anklicke und bearbeite, wird das automatisch auch im anderen verändert. Und so kann ich jetzt die zum Beispiel schön nebeneinander anordnen. Also wenn ihr zum Beispiel zwei Bildschirme habt, kann ich auf jedem Bildschirm ein Dokument mir schön positionieren. Oder ihr habt einen sehr großen Breitbildschirm. Dann könnte ich das zum Beispiel mit der Windows-Taste und Pfeil nach rechts zum Beispiel das eine am rechten Bildschirmrand anordnen und das andere am linken Bildschirmrand. Und so kann ich jetzt auch mir das entsprechend zurechtblättern. Dass ich jetzt zum Beispiel hier auf der rechten Seite blätter ich wieder runter zu meinem blauen Bereich. Und jetzt kann ich hier in einem und demselben Dokument einmal auf Seite 1 und einmal auf Seite 5 arbeiten. Oder hier bin ich hier. Ja und wenn ihr das noch ein bisschen anpassen wollt, dann habt ihr da eben verschiedene Möglichkeiten. Ich vergrößere jetzt hier mal das wieder auf dem ganzen Bildschirm. Und zwar wenn ich dann hier auf Ansicht gehe, habt ihr hier den Punkt Nebeneinander anzeigen. Wenn ich dieses Nebeneinander anzeigen anklicke, dann positioniert er die automatisch sofort schön nebeneinander zum Vergleich. Und wenn ich wieder bei Ansicht bin, jetzt muss ich hier auf Anzeigen, hier auf Fenster, den Punkt Fenster. Und da gibt es den Punkt Synchrones Scrollen. Und wenn das Synchrones Scrollen eingeschaltet ist, ihr seht, das ist jetzt ein, dann sollte ich, wenn ich jetzt in einem Text nach unten blätter, auch in einem anderen Fenster automatisch nach unten blättern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so zwei DIN A4 Seiten vergleichen muss, dann muss ich nicht immer auf der linken Seite runterblättern und dann auf der rechten Seite, sondern es genügt, wenn ich in einem der beiden Fenster nach unten blättere, dann blättert die auf der anderen Word-Seite entsprechend mit. Also, unter Ansicht, unter dem Punkt Fenster, das Synchrone Scrollen. Und ihr könnt hier einfach jederzeit Fensterposition zurücksetzen. Dann werden die, wenn ihr die verschieden angeordnet habt, dann werden die auch wieder auf ihre ursprüngliche Position eben zurückgesetzt. Und wenn ihr sagt, ja, ich brauche jetzt dieses zweite Fenster nicht mehr, dann schließt einfach eines von beiden. Und jetzt werdet ihr sicherlich fragen, kann ich da ein falsches Fenster schließen? Nein, könnt ihr nicht. Es spielt keine Rolle, welches von beiden ihr schließt. Eines muss noch übrig bleiben. Ihr könnt übrigens euer Fenster auch öfter teilen, dann hättet ihr es sogar dreimal oder viermal. Ob das Sinn macht, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber es muss einfach nur ein Fenster übrig bleiben. Und keine Sorge, wenn ich jetzt hier einmal eins schließe, ihr seht, dann passiert nichts. Dann habe ich wieder meine komplette Word-Datei. Und falls ich jetzt aus Versehen einfach nochmal auf schließen gehen würde, dann kommt ja hier wieder die Sicherheitsabfrage mit dem Speichern. Also wenn ihr die nicht einfach so wegklickt, dann bemerkt ihr das ja eigentlich, dass ihr jetzt euer Dokument eigentlich speichern solltet. Ja, ihr seht, so könnt ihr eure Ansicht auf eure Bedürfnisse anpassen und sogar bei längeren Texten, bei längeren Textpassagen, sogar ein Dokument in mehreren Fenstern miteinander vergleichen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like. Und ihr vergesst auch nicht, uns zu abonnieren, schätze ich mal. Deswegen muss ich euch nicht daran erinnern. Also, wir sehen uns beim nächsten Video hier auf Bündner TV. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.